Macht mit bei Fast Forward Science, dem Web-Video-Wettbewerb für die Wissenschaft. Wir suchen Web-Videos zu aktuellen Forschungsthemen, die fundiert Substanz Unterhaltsam Sightainment Und zukunftsweisend sind Visionen Zu gewinnen gibt es Lass mich mal rechnen. 3x3000, 3x2000, 3x1000, 2x500, 2x300, 2x200 macht summa summarum 20.000 Euro. Stimmt. Noch Fragen? Ja. Was für Themen genau? Da seid ihr völlig frei. Wir hatten schon Videos zu Astronomie und Zoologie, zu Literatur und Medizin, zu Psychologie, Pharmazie und Pflanzenkunde. Also alles mögliche. Und wer kann alles mitmachen? Alle. Also alle, die ein deutschsprachiges Wissenschaftsvideo produzieren können. Wenn ihr unter 20 seid, haben wir sogar auch noch einen Spezialpreis für euch. Bis wann kann man einreichen? Bis zum 31. Juli. Alle weiteren Infos findet ihr unten im Text oder auf fastforwardscience.de possible. Bis zum 31. Juli. Bis zum 3. Juli. Vielen Dank.